Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der wunderschönen Fashionvilla im Glatzzentrum, im grössten Kleiderschrank der Schweiz. Ich würde sagen, wir gehen mal rein schauen, was es da so schönes gibt und fragen mal unsere Gäste, was sie so dazu meinen. Kommt mit! Eine grosse Unterhalterin haben wir hier gefunden, Andrea und Monica Hug. Die meisten kennen sie, sicher immer sehr spannende und lustige Storys. Was ist dir am meisten auch gefallen, als du hier reinkommst in die Fashionvilla? Also zuerst mal alle Farben und die Wandtapete sind gigantisch. Ich würde am liebsten hier einziehen. Wie sieht dein Kleiderschrank zu Hause aus? Oder ein bisschen kleiner? Ein bisschen kleiner, aber ich glaube, es hat genau so viele Sachen drin. Es ist einfach alles so zusammengefasst und ich habe keine Übersicht mehr. Ich finde die Lampen mega cool. Es ist ein richtiges Frauenparadies, wirklich. Was ist das Frauenherzbegehr? Fühlst du dich als Hahn im Korb? Ich sehe recht viele Frauen. Ja, schon ein bisschen. Aber es ist so ziemlich spannend zu sehen, was da beingestellt worden ist. Und auch jetzt als Hahn im Korb kann ich mir auch einen kleinen Eindruck sammeln. Im Herbst machen wir die Männer-Edition. Darum bin ich gespannt. Ich finde es super. Wie gefällt dieser Event bis jetzt? Oder was gefällt dir sehr speziell daran? Es ist der Hammer. Und vor allem draussen ist es eiskalt. Es ist Winter. Wir sehnen uns alle nach dem Frühling. Und jetzt kommen wir einfach hier eintauchen. Es sind so tolle Leute hier. Tolle Feste. Man kann sich für den Frühling, für den Sommer gerade schon inspirieren. Also ich amüsiere mich wirklich sehr gut hier. Das wäre es gewesen. Ein kleiner Einblick in die Fashion-Villa. Man kann richtig gut shoppen, sich stylen lassen und hat sogar eine Frühlingsstimmung mit diesen wunderschönen Tapeten. Ist noch bis am 17. März für Sie da. Sie können sich freuen. Viel vergnügen.